Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es nochmal 10 Anfängertipps für den FM22, die euch bei eurem Spielstand definitiv weiterhelfen werden. Tipp Nummer 1 ist für die absoluten Vollblutanfänger, die wirklich gerade erst mit dem FM angefangen haben, nutzt einen Verein, den ihr wirklich schon sehr gut kennt, also am besten euren Lieblingsvereine, denn der FM ist vor allem für die Neueinsteiger sehr, sehr kompliziert. Da braucht man wirklich lange, um reinzukommen und um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen, um am Anfang wirklich nur mal in den FM reinzukommen, würde ich euch empfehlen, einen Verein zu holen, wo ihr euch wirklich auskennt, wo ihr nämlich wisst, welche Taktik passt zur Mannschaft, wo ihr eben nicht noch erst herausfinden müsst, wie ihr eben mit welchem System spielt und somit solltet ihr auf jeden Fall da erstmal zum Einstieg so einen Verein nutzen. Tipp Nummer 2 ist, nutzt eure Mitarbeiter, lasst sie die Aufgaben machen, worauf ihr entweder keine Lust habt oder die ihr euch eben noch nicht zutraut. Dementsprechend könnt ihr hier über Mitarbeiter und dann auf Aufgaben die jeweiligen Dinge an die Mitarbeiter abgeben, zum Beispiel jetzt hier, was ich immer mache, ist Medien, die mache ich selber nie, die übergebe ich immer komplett an den Co-Trainer und so könnt ihr wirklich alle Aufgaben, vor allem die, die ihr eben zu Beginn euch noch nicht zutraut, wie zum Beispiel das Training, das könnt ihr komplett abgeben, das mache ich sogar bis heute nicht selber, ich werde ab und zu oder gehe ab und zu rein und ändere so ein paar Sachen, aber hauptsächlich macht mein Co-Trainer auch das Training. Also da empfehle ich euch wirklich die Mitarbeiter zu nutzen, die übernehmen die Sachen immer gut. Natürlich könnt ihr selber, wenn ihr euch da eben reingefuchst habt, die Sachen noch besser übernehmen, aber vor allem für den Anfang ist das absolut wichtig. Tipp Nummer 3 ist, nutzt vorgefertigte Taktiken, denn zu Beginn ist es eben sehr, sehr schwierig, da diese taktischen Einstellungen alle zu verstehen und deshalb empfehle ich euch absolut hier, von diesen 10 oder 9 vorgefertigten Taktiken eine euch rauszusuchen, die natürlich auch zu eurer Mannschaft passt. Deshalb auch der Tipp am Anfang, dass ihr euch eine Mannschaft raussucht, die ihr mittlerweile schon sehr, sehr gut kennt, wo ihr euch auskennt, wo ihr eben wisst, welche taktischen Einstellungen dazu passen. Wenn ihr eben einen Verein habt, wo ihr es noch nicht wisst, also trotzdem eben mit einem Spielstand startet, wo ihr noch nicht wirklich wisst, was die Stärken und Schwächen der Mannschaft sind, empfehle ich euch auf jeden Fall mal das Video von dem perfekten Start des FM22 euch anzuschauen, was ich mal vor ein paar Tagen hochgeladen habe. Da habe ich euch auf jeden Fall nochmal gezeigt, wie ihr eben erkennen könnt, welche Taktik zu eurer Mannschaft passt. Tipp Nummer 4 ist, nutzt diesen Reiter, indem ihr eben die Ansicht eurer Spieler verändern könnt, wo ihr euch eben das rausfiltern könnt, was ihr unbedingt wissen wollt zu den Spielern. Am Anfang ist es, glaube ich, so eingestellt, dass ihr eben nur die aktuellen Fähigkeiten seht. Und dementsprechend habe ich mir hier individuell meine Ansicht so angepasst, dass ich eben auch das Potenzial mit da drin habe. Ihr könnt hier quasi alles, was ihr interessant findet, euch hier rausfiltern und einfach dann hier einfügen und dafür vielleicht Sachen, die ihr nicht so interessant findet, aus eurem Filter rausholen. Und dann habt ihr hier eben die Ansicht, wie ihr es haben wollt, wo ihr eben die Infos habt, die ihr braucht, wie zum Beispiel die Kondition, wie die aktuellen Fähigkeiten, wie das Potenzial, die Position, die für den Spieler eben gedacht ist. Dass ihr eben diese Sachen drin habt. Ansonsten könnt ihr hier auch über die Reiter euch die Spieler dann entweder nach Potenzial, nach Fähigkeiten oder wie ich es meistens habe, dann einfach eben nach der Startaufstellung sortieren, um dann hier eben zu sehen, welche Spieler man noch auf der Bank hat oder welche Spieler eben ja gar nicht im Kader sind. Was ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ist hier, wenn ihr auf den Filter geht, die Spieler, die nicht im Verein sind, rausfiltern. So habt ihr eben nur die Spieler hier in der Ansicht, die ihr wirklich im Verein habt. So, ja, kommt es nicht zu Missverständnissen und ihr habt wirklich nur das, was aktuell zur Verfügung ist in eurer Ansicht. Tipp Nummer 5 ist, schaut auf die Fähigkeiten der Spieler und nicht unbedingt auf die Position des Spielers. Denn wir haben zum Beispiel auch mit Marcel Baer ein super Beispiel. Das soll eigentlich ein Flügelspieler sein. Ist aber als Flügelspieler eigentlich zu langsam, hat hier überall sehr ausgeglichene Stats. Und deshalb ist er für mich eigentlich auch eher ein Carrileiro, wo er eigentlich bis jetzt noch nicht gespielt hatte. Und wir haben ihn dementsprechend, weil er da seine Fähigkeiten als Carrileiro hat, auch da spielen gelassen. Und dafür sind wir hier eben auf die Attribute gegangen und haben uns dann die verschiedenen Positionen angeschaut, wo er eben bevorzugte Fähigkeiten hat. Mit der Zeit werdet ihr schon ein Auge darauf haben und werdet dann direkt sehen, dass das ein guter Box-to-Box-Spieler oder Carrileiro sein kann, weil er hier eben sehr, sehr viele Bereiche im gelben Bereich hat. Und das ist halt zwischen 11 und 15. Da hat er vor allem alle Sachen, die man eben als Carrileiro braucht in diesem Bereich. Und dementsprechend ist er dafür ein sehr, sehr guter Spieler und besser da aufgehoben, als zum Beispiel auf der Flügelposition, was eigentlich seine Position sein sollte. Wenn ihr euch dazu entscheidet, einen Spieler auf einer Position spielen zu lassen, wo er bis jetzt noch nicht gespielt hat, ist es auf jeden Fall ganz wichtig, auch da im Training die Position zu ändern, dass eben diese neue Position antrainiert wird. Dafür geht er auf Entwicklung und Training und dann könnt ihr ganz einfach hier eben die Rolle nochmal ändern und so trainiert er eben diese neue Position. Hier könnt ihr auf jeden Fall auch einen zusätzlichen Fokus draufsetzen. Wenn ihr zum Beispiel auf der Position noch ein Attribut habt, wo er sehr, sehr schlecht ist, bei mir ist jetzt mit 11 ein sehr schlechter Attribut, beziehungsweise ist das ja kein schlechter Attribut, aber der schlechteste Attribut von den Attributen, die er eben hier als Carrileiro braucht. Und dementsprechend habe ich das hier nochmal extra trainiert. Tipp Nummer 6, beschäftigt sich mit den Scouts. Sorgt erstmal dafür, dass ihr genügend Scouts im Verein habt, damit ihr eben vernünftig nach Spielern suchen könnt. Habt ihr nicht genügend Scouts im Verein, werdet ihr da große Probleme haben, vernünftige Spieler zu finden, die euren Vereinen weiterhelfen werden. Deshalb schaut eben, dass ihr da Mitarbeiter verpflichtet und schaut bei den Mitarbeitern darauf, dass diese am besten so viele Kenntnisse wie möglich haben. Desto mehr Kenntnisse sie haben, in desto mehr Ländern können sie am Ende auch euch Spieler zeigen. Dementsprechend habt ihr auch ein größeres Scouting-Netzwerk und habt da viel mehr Möglichkeiten, wie wenn dieser Mitarbeiter zum Beispiel jetzt nur in Belgien scouten könnte. Um am Ende so viele Nationen wie möglich abzudecken, könnt ihr unter Scouting auf Kenntnisse gehen. Und da seht ihr dann die Weltkarte, wo ihr seht, in welchen Nationen ihr bis jetzt gut scouten könntet und in welchen Nationen noch nicht mit drin sind. Und die Nationen, die noch grau sind, da habt ihr noch gar keine Scouting-Kenntnisse. Und dementsprechend solltet ihr euch da in diesen Nationen noch Scouts anlegen. Wenn die Nation noch rot gekennzeichnet ist, wie hier jetzt bei Griechenland und der Türkei, dann habt ihr da schlechte Scouting-Kenntnisse. Und desto grüner das Ganze wird, desto besser sind die Scouting-Kenntnisse am Ende. Ihr seht aber auch hier rechts eben, wo ihr eine volle Scouting-Kenntnis habt. Und dann seht ihr es eben anhand der Balken, wie gut die Scouting-Kenntnisse in den anderen Ländern sind. Unter dem Reiter Personalsuche könnt ihr am Ende dann auch euren Scout verpflichten. Und um am Ende dann auch die Nation mit drin zu haben, die ihr eben noch braucht, könnt ihr hier einfach auf Scouting-Kenntnis-Land gehen. Und dann könnt ihr hier eben das Land raussuchen, was ihr eben unbedingt noch braucht. Und wenn ihr da keinen Spieler oder keinen Mitarbeiter findet, könnt ihr auch so ein bisschen mit der Kenntnis arbeiten. Könnt so ein bisschen runtergehen, um einfach mehr Mitarbeiter da in dieser Nation zu finden. Tipp Nummer 7 ist ein Scouting-Auftrag, den ich immer durchgehend am Laufen habe, um Spieler zu finden, und dessen Vertrag bald ausläuft, um diese am besten natürlich ablösefrei verpflichten zu können. Dafür geht ihr auf Scouting und dann auf Aufträge und erstellt euch hier einen neuen Scouting-Auftrag. Ihr geht dann hier oben auf Transfertyp und da habt ihr schon den Balken oder den Reiter Vertragsende. Da klickt ihr drauf, um eben diese Spieler gezielt zu suchen. Und auf die Dauer geht ihr auf Laufend, um diesen Scouting-Auftrag eben in der kompletten Karriere laufen zu lassen. Und ihr könnt jetzt hier theoretisch noch auf Stammspieler oder großes Talent gehen, wenn ihr das Ganze ein bisschen spezifischer haben wollt. Aber ihr könnt es auch einfach so lassen, um euch eben so viele Spieler wie möglich anzeigen zu lassen. Tipp Nummer 8 beschäftigt sich jetzt mit dem Transfermarkt. Wenn ihr Spieler einkaufen wollt und habt jetzt einen Verein, wo ihr noch nicht so viel Budget habt, empfiehlt es sich auf jeden Fall mal nach Spielern zu schauen, die vielleicht aus kleineren Ligen kommen, die eine kleinere Nation haben. Denn da gibt es ganz häufig Spieler, die wirklich genauso gut sind wie Spieler aus der Bundesliga, die vielleicht auch eine Top-Nation haben, die aber dann am Ende günstiger sind, weil sie nicht so eine hohe Reputation haben, weil sie nicht so bekannt sind. Man sieht hier jetzt auch ganz gut zum Beispiel so ein Ferai oder auch eben dieser Mittelfeldspieler von Meppen, der eben zwar in der dritten Liga in Deutschland spielt, aber trotzdem eine höhere Reputation hat als Spieler, die eben in Belgien in der ersten Liga spielen. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall mal nach solchen Ligen zu schauen und da nach Spielern zu suchen, die vielleicht noch deutlich günstiger sind, die haben auch meistens noch nicht so viel Gehalt, wollen dementsprechend auch nicht so viel Gehalt haben und da könnt ihr auf jeden Fall noch Schnäppchen machen. Tipp Nummer 9 ist da, wenn ihr einen Spieler verpflichten wollt, fragt vorher den Berater, ob er überhaupt verfügbar ist und was ihr am Ende für den Spieler bezahlen müsst. Somit sorgt ihr dafür, dass ihr erstens nicht zu viel bezahlt und wenn ihr einen Spieler noch nicht gescoutet habt, seht ihr direkt, ob ihr ihn überhaupt scouten braucht, weil entweder hat er gar kein Interesse oder er ist viel zu teuer und somit spart ihr euch auf jeden Fall ein bisschen an Scouting-Personal. In der Zeit könnt ihr eben dann Spieler scouten, die wirklich verfügbar sind. Wenn der Spieler dann im Preisrahmen ist, ihr habt ihn aber noch nicht gescoutet, empfehlt es sich auf jeden Fall, vor allem in kleineren Ligen, dann den Spieler zum Probetraining anzubieten. Somit müsst ihr keinen Scout auslasten, habt aber den Spieler eine Woche im Verein und könnt dadurch eben schnell erkennen, welche Attribute er hat, welche Fähigkeiten er hat. Und das geht dann meistens schneller, wie wenn ihr ihn scoutet und ihr lastet eben nicht eure Scouts aus, die dann nach anderen Spielern suchen können. Tipp Nummer 10 und somit der letzte Tipp ist heute, achtet beim Einkaufen eurer Spieler auf die Persönlichkeiten. Die ist sehr, sehr wichtig. Habt ihr hier Spieler dabei, die zum Beispiel nicht ehrgeizig sind, die für Unruhe sorgen, dann werdet ihr ganz schnell Unruhe in der Mannschaft haben und diese Spieler, die schaffen es auch oft nicht, ihre Leistungen abzurufen und sorgen eher für Unruhe, als dass sie euch weiterhelfen. Denn dementsprechend vor allem die Persönlichkeiten ist ein sehr, sehr wichtiger Attribut, den ihr nicht unterschätzen solltet und deshalb schaut auf die Persönlichkeit. Kleiner Bonus-Tipp, der mir gerade eingefallen ist, den man auf jeden Fall auch nutzen sollte, ist hier das Fazit des Scouts. Also klickt da einmal drauf und schaut euch die Pro- und Kontraliste an. Und da gibt es manchmal auch Sachen wie, dass der Spieler unkonstant ist. Wenn ein Spieler unkonstant ist, dann liefert er nicht jedes Spiel eben diese Leistung ab, die er leisten kann. Heißt, diese Attribute, die er hier hat, die kann er nicht in jedem Spiel alle nutzen und dementsprechend ist das dann auch ein Spieler, den man vielleicht nicht unbedingt verpflichten sollte. Also schaut auch auf die Sachen, die da bei den Scouting-Fazits stehen. Ja und das war es dann jetzt von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Denkt unbedingt an die Bewertung und lasst ein Abo da, um weitere solche Videos zu sehen. Und wenn ihr bei den Livestreams dabei sein wollt, könnt ihr gerne noch den Twitch-Kanal folgen. Bis dann, ciao!